Ja, hallo, willkommen. Ich habe ein paar Neuigkeiten rund um das Thema Mivo-Kameras. Die mittlerweile von Logitech übernommene Firma Mivo hat ja die Mivo Start-Kameras, die ich gerne einsetze und die auch schon viele andere gerne einsetzen. Es gibt dafür jetzt eine aktualisierte Version der Mivo Multicam App, mit der man mehrere Kameras über mobile Devices wie Android-Devices oder in meinem Fall jetzt hier übers iPad fernsteuern kann und in Produktion einbinden kann und mit dieser App dann live nach Facebook, Twitter, Twitch, YouTube streamen kann oder sie auch einfach nur als Recording-Möglichkeit nutzen kann. So, das coole neue Feature, was da drin ist, ist Picture-in-Picture. Das zeige ich euch gleich, aber erstmal einen kurzen Blick auf das, was ihr eigentlich jetzt hier als Bild überhaupt seht. Das ist eine Produktion, die läuft in Ecam. Ich habe hier einmal mein iPad. Das iPad filme ich ab, hier oben mit einer Mivo Start, die ich über NDI in Ecam eingebunden habe. Dann seht ihr hier daneben, hier direkt unter mir, seht ihr das Ausgangssignal von der Mivo Multicam App. Also das, was jetzt, wenn ich jetzt streamen würde, nach Facebook oder sonst wo hingehen könnte, das habe ich eingebunden über die Wireless Webcam. Die App habe ich entsprechend auf dem Mac installiert und die kann sich dann über WLAN mit der Multicam App verbinden und ich kann sie hier in die Ecam-Produktion als zusätzliche Webcam installieren. Und deshalb haben wir hier diese wunderschöne Kombination. Ja, so ist das, was man hier machen kann. Also hier seht ihr, ich habe aber zwei Mivo Starts, meine beiden anderen Mivo Starts. Die laufen hier quasi jetzt in der Multicam App. Einmal die Winkelkarte und einmal das Popfly-Entchen. Und um das nochmal zu zeigen, wie man so eine Kamera hinzufügt, das brauche ich jetzt nicht zu zeigen, aber wie man diese neue Funktion PIP hinzufügt, das findet ihr hier unter dem, also nochmal ganz kurz, man geht hier zurück. Man klickt hier auf das Plus-Symbol und geht dann auf PIP-Title und dann suche ich mir die Kamera aus, die ich jetzt in dieses Picture-in-Picture-Format bringen will. Nehmen wir mal das Popfly-Entchen. So, und dann habe ich hier eine Einstellungsseite, mit der ich das Ganze konfigurieren kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, in welchem Format, in welcher Form das erscheinen soll, wo das PIP-in-PIP erscheinen soll. Oder, wenn ich hierauf klicke, kann das Ganze auch frei positionieren und skalieren. Und außerdem habe ich hier oben noch die Möglichkeit, den Rahmen zu konfigurieren, hinsichtlich Farbe, Größe und Breite. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Und da kann ich praktisch mir mehrere solcher Pictures in Pictures bauen. Und dann sieht das für die Produktion mal wie folgt aus. Und das will ich euch jetzt mal in Praxis zeigen. Ich habe jetzt also hier meine Übersichtsseite, wo meine ganzen Assets drin sind. Das findet man ja normalerweise hier unten über diesen Bildknopf. Und ja, wenn ich jetzt einfach mal eine Kamera, so ein Picture-in-Picture-Modus hinzuschalten will, dann nehme ich hier oben dieses entsprechende Overlay und packe es halt über mein Studio 208-Grafik drüber. Super. Na, okay. Ihr seht übrigens auch hier PIP, was heißt der PIP-Title. Da sind noch so ein paar Dinge. Ist eine Beta-Version, die jetzt wirklich noch nicht fertig sind. Insbesondere, jetzt blenden wir das mal wieder aus. Ist es ja interessant, dass ich mir zum Beispiel die eine Kamera hier komplett holen kann. Aber Moment, bevor ich das machen will, wollen wir erstmal einen neuen Hintergrund nehmen. Und jetzt blende ich mal meine Kamera ein. Und dann habe ich hier die zweite Kamera, die man leider im Moment noch nicht sieht in der Vorschau. Da kommt jetzt auch das falsche Vorschau-Bild. Da ist, wie gesagt, noch ein bisschen was in der App, was nicht ganz so funktioniert. Aber, ihr seht, ich habe die Möglichkeit hier quasi frei konfiguriert, in der entsprechenden Größe, wie ich es gerne hätte, mir diese Kamerabilder zusammenzubauen. Und das ist recht flexibel. So, und jetzt machen wir mal eine kurze Minisendung, wo ich hier einen Gast habe. Und wir wollen mal ein kleines Interview damit führen. Dann könnte ich jetzt eben sagen, okay, willkommen im Studio 208. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben heute einen Gast dabei. Das ist er hier. Und wir wollen uns beide unterhalten. Und wenn wir uns unterhalten, dann sollten wir ja auch anstandshalber beide nebeneinander zu sehen sein. Und das sieht dann entsprechend so aus. Ich habe jetzt hier zwei Overlays drin. Das seht ihr hier und hier sind die beiden Overlays. Auch wenn die Vorschau-Bilder nicht ganz stimmen, so ist es dann doch einmal die Winkelkatze, die ich im Quadrat groß gemacht habe und auf die linke Seite gestellt habe im Overlay und auf der anderen Seite das Popfly-Entrain, auch groß gezogen, quasi ähnlich groß positioniert, auf die rechte Seite gezogen. Beides drübergepackt funktioniert. Ich kann dann noch weiter hier rüber gehen. Ich kann Lower Surts mir bauen und die einblenden. Und das ist auch nicht auf zwei Kameras beschränkt. Denn eigentlich kann ich hier auch noch eine weitere Kamera, die jetzt, oder ein weiteres Overlay drüber bringen. Das könnte jetzt auch noch eine dritte Kamera sein. Ich habe mal gelesen, dass das auch mit fünf, sechs Kameras gehen soll. Ob dann euer WLAN da noch so hinkommt, muss man mal gucken. Aber ja, ihr seht, es funktioniert recht gut und recht cool. Und ein paar Dinge müssen sicherlich noch gemacht werden da dran. Aber ein schönes Nutzungsszenario. Insbesondere, weil das natürlich ein super schlanker, mobiler Aufbau ist. Ich brauche eigentlich nur mein iPad. Ich brauche meine drei MiWO-Kameras, die ich hier zusammen packe. Dann vielleicht noch mein Netgear, mit dem ich dann mein lokales WLAN mache, über das ich dann auch per 4G oder 5G streamen kann. Ja, und das funktioniert auch klasse. Was ich jetzt hier drin hatte, hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Aber ich habe das hier über diese Multi-Webcam eingebildet. Also kann ich das eigentlich nur als Frontend für die Produktion in irgendwo anderes benutzen. Also, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht in den App Store oder geht in den Google Play Store. Sucht da nach MiWO Multicam. Und dann könnt ihr euch die Beta-Version auf euren Geräten installieren und es selber mal ausprobieren. Schöne Sache, macht die Kamera nochmal nutzungsfähiger. Und ihr seht, da geht gerade die eine Kamera schon aus. Ich glaube, sie hat jetzt Stromprobleme. Und insofern danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Sache, Baker Und gelesen jetzt bei mir, Untertitelung des ZDF, 2020